Hi Leute! Ich heiße euch herzlich willkommen bei einer ganz, ganz, ganz kleinen Runde-Quiste. Ich wollte dir eigentlich bloß einen Screenshot zeigen, nämlich wir haben gestern doch tatsächlich es geschafft, das perfekte Spiel zu hinspringen. 18 Punkte, also in jeder Kategorie. Und draußen in Grün, Glaube und Religion, in Essen und Trinken, in Körper und Geist, in Kunst und Kultur und in Macht und Geld. Das ist absolut, das ist absolut genial. Ja, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Wollte ich einfach nur mal festhalten, dass sie es geschafft haben. Und ja, tschüssi!